Marta, Dora, Cäsar, Cäsar, Friedrich, Ulrich, Nordpol, Punkt, De. Okay. Und wenn es das Bild von Überwachung wäre, gewesen wäre, das wäre hier in Ordnung. Und nicht nur so ein leeres Foto. Verstehe ich nicht, Lea. Das kapiere ich nicht. Ja, das ist leer, Herr Steiner. Ohne Spaß, Lea. Das ist keine Nix da über unsere Firma, weil wir sind seit 2009. Und bevor Sie eine Vorrufe machen, wissen Sie, es wird alles aufgezeichnet. Okay? Das ist ja schon wieder das nächste Illegale. Sie dürfen mich gar nicht einfach aufzeichnen. Nein, das ist nicht illegal. Das ist nicht illegal. So, dann hören Sie mal, was kommt bei Ihrer Rufnummer? Ihre Rufnummer ist ungültig, wenn ich Sie zurückrufe. Aha. Das sagen Sie es. Das sagen Sie es. Hallo, ich grüße euch. Ihr werdet es mir fast nicht glauben. Also mich hat tatsächlich jetzt nochmal eine Betrügerin angerufen, mit der ich eine Woche vorher schon telefoniert habe. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, wo es um die Pornos ging mit dem Kollegen und wo der Kollege auch Pornos guckt und so weiter. Und die nette Dame, Frau Jonston oder wie auch immer, hat ja in der letzten Woche ja schon bei mir angerufen. Und da gab es ja dann den Ausraster mit dem Callcenter-Mitarbeiter, also mit ihrem Kollegen, der sich für die Titten meiner Mutter interessiert hat. Und diese Dame hat jetzt tatsächlich nochmal angerufen. Ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen ist, aber sie muss mich noch als netten, freundlichen Kunden in Erinnerung gehabt haben, wo noch irgendwas offen ist. Und demzufolge hat sie sich einfach nochmal bei mir gemeldet, um zu schauen, was nun mit der Kontoaktivierung ist. Also ich begreife es nicht, aber sie muss das komplette Vorgespräch absolut vergessen haben. Ich spiele euch dazu hier mal nochmal einen kleinen Rückblick ein von dem letzten Video. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Gerold Steiner? Ja, ist am Apparat. Ich grüße Sie zuerst, Herr Steiner. Anna Johnson ist am Apparat von der Firma Eurocapital. Und ich habe Ihnen angerufen wegen Ihres Anmeldungen bei automatisierten Softwarehandel Bitcoin Roboter Trading, richtig? Ja, kann sein. Können Sie nicht auf Ihren Computer? Na ja, können schon, aber nicht wollen. Nicht wollen? Mhm. Wow. Okay. Ja, das Spielchen mit der netten Tante ging auch knapp eine Stunde. Und irgendwann ist sie dann nicht mehr mit mir zurechtgekommen und hat mich an ihren Kollegen weitergegeben, der dann allerdings nicht mehr ganz so nett war. Ohne Ihre Erlaubnis kann ich gar nicht auf Ihr Computer gucken. Nee, aber wenn wir da im Internetbrowser surfen, dann sehen Sie ja die ganzen Pornos, die ich angeguckt habe. Nee, das muss ich nicht haben. Hat Ihre Mutter große Töten oder kleine? Ja. Damit sie halt Bescheid weiß. Ja, machen Sie Ihren Job eigentlich gerne? Ja, gerne. Natürlich. Noch klar bedrückte die Leute. Mhm. Genau. Sagalot zu Ihrer Mutter, okay? So wissen Sie nicht. Mhm. Tja, dieses absolut nette und zuvorkommende Finanzunternehmen hat mich nochmal angerufen und wusste nichts mehr vom ersten Anruf. Tja, haben wir halt nochmal eine Stunde mit denen verplempert. Die wollten es ja nicht anders. Wer sich das erste Video dazu nochmal ansehen möchte, drückt jetzt einfach hier oben auf das I. Und jetzt viel Spaß mit dem Anruf. Anna, wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Okay, Anna Jones, so nicht nur einmal. Wir haben zusammen zwei Wochen früher gesprochen. Achso, ja. Wollt ihr bestimmt? Nö, keine Ahnung. Wann war denn das? Aber Sie gestern haben einen Konto bei uns geöffnet, aber ohne Code. Na, ich dachte, wir haben schon mal gesprochen. Wie bitte? Na, Sie haben doch gerade gesagt, wir haben schon mal gesprochen, oder habe ich da was falsch verstanden? Na, Sie haben zusammen gesprochen. Ja. Zwei Wochen früher. Mhm. Und es ging um den Roboter-Trading, Herr Steiner. Und Sie waren einverstanden, meine, bei Eurocapital, unserer Firma, haben wir auch erklärt, wegen der Roboter, wie alles funktioniert. Und haben Sie auch den Konto geöffnet, ohne Promocode, weil Sie wollten nur überlegen und recherchieren. Und inzwischen Zeit, Sie haben schon recherchiert, oder? Ich weiß gerade nicht, um welche Seite das geht. Tja, tatsächlich. Sie muss den kompletten Gesprächsverlauf vom Vorgespräch absolut vergessen haben, wie das ausgegangen ist. Ich meine, sie tut ja so, als wollte ich nochmal was überlegen. Dabei habe ich doch ganz klar gesagt, was das für eine Firma ist. Und die ruft mich jetzt allen Ernstes nochmal an und hat keine Ahnung von dem Ganzen. Also, weiß ich nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Eurocapital, immer noch, Herr Steiner. Können Sie das mal buchstabieren? Ich habe gerne, gerne. Emil, Ulrich, Richard, Otto, Cäsar, Anton, Paula, Ida, Theodor, Anton, Ludwig, Siegfried.com. Eurocapitals.com Moment, das lädt jetzt hier erstmal. Dann gucke ich mal erstmal auf die Seite. Genau. Da stehen verschiedene Werbungen und Plattformen. Mhm. Okay, und wenn Sie aus Deutsch umstehen, wenn Sie lesen, zum Beispiel erleben Sie ich darauf, er entspricht ab 0,0 und danach kommt ein Roboter-Mann. Aber wir arbeiten nicht mit diesem Roboter-Mann, sondern mit einem F. Mhm. Ja, und da haben wir auch so gesprochen oder so erklärt, dass der Roboter arbeitet selbstständig. Das bedeutet, er darf in verschiedenen Positionen bei verschiedenen Produkten. Setz eine gewisse Summe bei jeder Position, eine gewisse Beitrag. Ja, und multipliziert die Summe mit einem Hebel. Ja, und entscheidet von alleine, wie lange und wie viele Prozent er muss er draufschlagen für jede Position. Ja, wirklich Wahnsinn. Also, die rattert den gleichen Text nochmal runter, den sie schon mal so exakt vorgelesen hat wahrscheinlich. Oder vielleicht mittlerweile auch schon irgendwann auswendig hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, wie sowas Spaß machen kann. Also, noch eintüniger geht's ja gar nicht. Und, tja. Okay. Am Ende des Monats, der erwirtschaftet höchstens 35, manchmal auch bis 40 Prozent. Herr Steiner, ne? Also 40, 40 Prozent gewinnen mit dem Roboter. Genau. Ja, okay. 95 Prozent werden in ihrem Konto ausgezahlt und 5 Prozent werden für uns gezahlt. Wir behalten nur 5 Prozent, nicht von ihrem Kapital. Das bedeutet, bei einem gewissen 1.000 Euro 950 sind sie ohne Gebühren natürlich und 50 Euro für uns. Mhm. Und sie werden unterstützen, wenn die gleiche Summe, dass sie einsteigen, egal welche Summe, ob das 25.000 Euro ist oder 5.000 oder 250 oder 500. Egal, welche Summe, bekommen sie von uns die gleiche Summe als Unterstützung, als Hilfskapital, leider nicht als Geschenk. Weil Leute zutage geschenkt, doch keiner, was? Da hat die doch ernsthaft gesagt 25.000 Euro. Also, ich hoffe ganz, ganz ernsthaft, dass es keine Menschen gibt, die bei ihr 25.000 Euro einzahlen. Das wäre wirklich richtig bitter. Na, aber als Hilfskapital, damit sie die Position schützen und am Ende des Monats diese Profite, das wir erwarten, bis wir schaffen. Mhm, okay. Okay, und natürlich, heute haben wir auch das Angebot, wo drei Positionen werden geschenkt. Jetzt höre ich die irgendwie nicht mehr. Ja, da werden sie auch drei Positionen geschenkt von unserer Seite, wo jede Position kostet 25 Euro mal 3, das sind 75 und wenn sie eine Gewinnsumme von 150 oder bis 200 machen, das ist auch ein extra Bonus dazu. Achso, okay. Genau, Herr Steiner. Aber als erstes, wenn sie hier bei Live-Konto eröffnen, klicken, es ist kostenlos, klicken sie kurz drauf, weil, wie es scheint, haben sie es vergessen, aber ist egal. Erklär ich noch einmal. Ja. Achso, es ist kostenlos. Und wie war das jetzt nochmal mit der 250 Euro Investition oder 25.000? Also, weiß ich nicht. Also, wenn was kostenlos ist, dann ist es für mich kostenlos und dann muss ich da auch keine Investition machen, weil, letztendlich, kostenlos bedeutet Null. Hm. Schauen Sie mal, die Mail-Passwort, sign in und create new account. Ja. Ja. Aber unterm Strich wird es dann, ja, nicht greifbar sein, das Geld. Also, die Kohle ist dann wie überall woanders einfach weg nachher. Ihr bekommt da nicht tatsächlich das Doppelte dann nachher, wenn ihr was da eingezahlt habt. Und sie sagt es ja selber schon, niemand hat was zu verschenken. Also, wie kommt sie denn dazu, mir das Doppelte an Geld einfach zu schenken? Also, das ist ja Blödsinn. Wer macht sowas schon? Und soll ich mich da jetzt einloggen oder wie? Äh, okay, das bedeutet nur, wenn Sie die Handelskonto aktivieren, mit einer Einzahlung, dass der Kunde tätig ist, entweder Profitkarte, Visa, Mastercard, Onlinebanking, Onlineüberweisung und Bitcoin, Wallet. Bei der gleichen Methode müssen Sie auch die Profite auszahlen lassen. Müssen. Ja, ja. Also, logge ich mich jetzt auf der Seite hier ein? Ich kann Sie einloggen, aber wir können keine Position eröffnen, ja? Sie haben einen Schein gezahlt. Das bedeutet, Ihr andereskonto ist noch nicht aktiviert. Sie können gerne einloggen bei Adresse und Passwort. Ja, dann kann ich ja hier, Moment, wo muss ich denn hier die E-Mail-Adresse eingeben? Ah, hier Klient-Klient-Klient-Portal dann. Äh, nee, bei Ihrer E-Mail, okay. Bei Login geben Sie hier die eigene E-Mail-Adresse, das Sie aktuell haben oder womit Sie registriert haben. Und das Passwort, da haben Sie selber gesteht. Ja, aber Login steht ja hier nicht. Hier steht ja nur Klient-Portal. Und da komme ich dann auf die Seite Zing-In. Nein, wenn Sie hier noch einmal bei Zing-In, sehen Sie das, einen Schritt zurück, bitte, da steht euer Kapital Zing-In. E-Mail-Adresse, Passwort. Na, ich habe das jetzt hier auf Deutsch. Haben Sie auf Deutsch? Ja. Und wo sind Sie gerade? Auf der Startseite bin ich jetzt nochmal. Und da kann ich nur auf Klient-Portal drücken, aber da steht jetzt nichts mit dem Wort Login. Das habe ich jetzt hier nicht. Nein, 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 nicht bei Klient-Portal. Sondern hier. Klicken Sie Live-Konto eröffnen noch einmal, bitte. Na, wenn ich jetzt auf Live-Konto eröffnen drücke, dann muss ich mich ja neu registrieren, oder nicht? Nein, nein, nein. Ach so. Weil das ist Zing-In. Ja, und was soll ich euch anderes sagen? Das Portal ist tatsächlich wieder im Login das gleiche wie auf allen anderen Webseiten. Der gleiche Betrug, nur eine neue Maske. Ja, okay. Dann gebe ich da jetzt erstmal meine E-Mail-Adresse ein und das Passwort. Und das Passwort, das Sie selber angemeldet haben, ne? Ja, okay. Dann probiere ich das da mal. Und dann klicken Sie Sign-In, bitte. Ja. Also, Moment, das Passwort hat nicht funktioniert. So, und... Ja, aber bei Ihnen ist da irgendwie ein Klavier im Hintergrund. Das lenkt ganz schön ab. Aha, dann wäre, okay. Das ist in meinem Büro und das ist immer so ein bisschen mit Musik. Okay, können wir auch leiser machen. Ja, dann machen Sie mal leiser, genau. Das machen wir alles sofort. Okay, haben Sie die E-Mail-Adresse und Passwort eingegeben, bitte? Ja, da, das habe ich jetzt eingegeben. Und jetzt habe ich hier so eine helle Seite. Da lädt das jetzt hier gerade irgendwie. Okay. Mhm. Ja, und genau, jetzt habe ich hier so ein komisches Fenster in der Mitte. Ah, okay. Steht da Connect to your Account. Richtig? Ja, genau. Was soll ich da jetzt eingeben? Jetzt nichts einklicken, weil Sie haben noch nicht hier eingegeben. Und Sie können noch nicht die Position aufnehmen. Ach so, wo muss ich jetzt da drücken, damit ich was einfallen kann? Bei Deposit. Eine Sekunde bitte. Ich prüfe kurz in der Rede bei der Finanzabteilung, sind so viele Einzahlungen auf einmal? Eine Sekunde, damit Sie auch freischalten. Mhm. Ja, also wie dramatisch. Sie erzählt tatsächlich, es sind so viele Einzahlungen auf einmal. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich das nicht glaube, sondern wenn Sie Glück haben, dann hat das ganze Callcenter vielleicht ein paar Einzahlungen am Tag. Beziehungsweise, wenn es hochkommt, vielleicht eine Einzahlung pro Mitarbeiter. Mehr wird es aber tatsächlich nicht sein. Also auf gar keinen Fall. Also wer zahlt da regelmäßig und in Massen seine Kohle ein? Moment bitte. Ja, ja. Tja, dann gucken wir mal. Na, wir schauen mal, da sind so viele Einzahlungen auf einmal. Mhm. Nicht, dass wir Unfall machen mit der Einzahlung jetzt. Und sonst, wie ist die Arbeit gelaufen heute? Alles gut bei Ihnen, hoffentlich? Ach ja. Nicht so viel Stress? Nö, geht eigentlich. Ja, natürlich, noch ein bisschen komisch ein Smalltalk, wo kein Mensch was mit anfangen kann, wo man von vornherein weiß, dass das eigentlich bloß Blabla ist und dass es die sowieso nicht interessiert. Geht eigentlich. Okay. Sie hatten auch den Mundwahl vergessen gehabt, ne? Mhm. Oh, schön. Einen Moment noch, bitte. Mhm. Alle wollen mit dem Roboter-Trading machen, deshalb sind viele Einzahlungen gleichzeitig. Heute die ganzen Tage so gewesen. Mhm. Also wie oft sie das Ganze auch wiederholt, dass hier ja so viele Leute bei ihr einzahlen. Das ist auch wieder nur eine Taktik, um ganz einfach Vertrauen zu erwecken. Dass es ja viele, viele andere Leute gibt, die da auch Geld einzahlen. Also da glaubt die doch selbst nicht dran. Also sicherlich zahlen da Leute ein und verlieren ihr Geld. Aber so viele, wie sie hier gerade tut, werden es auf gar keinen Fall sein. Und nachdem, dass Sie die Einzahlung getätigt haben, Herr Steiner, wann machen Sie den Termin mit dem Broker? Damit dann den Roboter installieren darf in Ihrem Computer oder Laptop oder Handy, wo Sie das machen? Ja, weiß ja nicht, wann der Zeit hat. Also die verfährt hier tatsächlich fast eins zu eins nach dem Skript, was sie im letzten Mal hatte. Ich meine, gut, es ist ja auch das gleiche Callcenter und die gleiche Masche. Aber die Stelle mit dem Termin kam das letzte Mal bei ihr auch. Und mit dem vertrauenserweckenden Termin für den Senior, Broker, was auch immer. Das ist alles nur Taktik und Masche. Die meinen das nicht ernst. Sobald man da sein Geld eingezahlt hat, hört man von dieser Plattform nie wieder was. Anrufen ist dort Fehlanzeige, denn die Nummer geht nicht. Kontaktdaten findet ihr auch nicht auf der Webseite. Maximal ein E-Mail-Formular, ja und da wird man euch nicht drauf antworten, wenn ihr nach eurem Geld fragt. Der Broker, der kann den Termin für morgen vereinbaren, weil heute schon sind die alle besetzt, die haben volle Termine. Ja, dann machen wir das morgen. Morgen so welche Uhrzeit ungefähr? Nur so ab 15 Uhr. Ab 15 Uhr. Okay, sollen wir 15.30 Uhr machen? Ja, meinetwegen. Tja, wie schade, dass sie nichts sehen kann. Aber sie hat ja auch noch nicht nach AniDesk gefragt. Aber ihr wisst es schon, es wird definitiv noch kommen. Ja, ich habe jetzt hier so ein weißes Fenster im Vordergrund und da steht irgendwas mit Deposit with your credit card. Okay, klicken Sie Deposit with your credit card und da steht auch die Summe, Amount zum Beispiel. Ne, sowas steht hier nicht. Okay, klicken Sie credit card dann. Sowas kann man hier nicht anklicken. Also hier steht irgendwas, Insert Deposit Amount Minimum. Ja, genau, weil der Kirsten da leer ist, da müssen Sie sich die Amount eingeben, bitte. Mit wie viel möchten Sie anfangen, zum Beispiel? Na, dann gebe ich jetzt hier 100 ein. 100 geht leider nicht, Minimum ist 250. Na, hier steht doch mindestens 100. Ich, das wissen wir und das ist eigentlich ein Fehler, das müssen wir auch weg machen. Das war schon lange, weil 100 ist, der Roboter kann nicht anfangen mit 100 Euro. Wieso denn das nicht? Nee, weil der braucht mehr Volumen bei Trading. Mit 100 Euro, wie viele Positionen sollen wir öffnen? Na, dann macht er halt ein paar weniger, ist ja nicht schlimm. Macht ein paar weniger, das stimmt, aber der braucht mehr Volumen. Weil das sind verschiedene Positionen bei verschiedenen Produkten, wie ich erwähnt habe. Und dann multipliziert die Summe mit dem Hebel auch. Was schon wieder für ein geschwollener Blödsinn. Also ganz ehrlich, der Trading-Roboter. Gehen wir mal von Metatrader 4 oder 5 aus. Da brauche ich keine 250 Euro, um irgendeinen Hebel in Bewegung zu setzen. Also das ist schon wieder kompletter Schwachsinn. Und tatsächlich, man kann bei denen auf der Webseite auch nur 100 Euro eingeben. Und man kommt dann da ganz genauso weiter. Ich meine, bieten sie ja an, zwischen 100 und 2000. Ich würde sagen, ups, da haben wir wohl das System nicht angepasst vom vorkriminellen Betrug. Und deshalb werden sie unterstützt, auch mit der gleichen Summe, dass sie einsteigen. Weil der Roboter ist, dieser Algorithmus, diese App, das braucht mehr Volumen automatisch. Jetzt bin ich ja auf so einer weißen Seite. Okay, und was stehen wir da? Kredit und Debit-Karten. Und stehen auch verschiedene Stempel da? Oder mit einem... Warten wir mal, ich mach mal den Bums hier auf Deutsch. Okay. So, ah ja, jetzt hier Kredit und Debit-Karten. So, da muss ich irgendwie meine Adresse eingeben. Genau, fülle sie alle an. Dann mach ich das da ein. Adresse, Postleitzahl, ne. So, dann die Stadt. So, Postleitzahl. Und dann will er jetzt hier nochmal meine Telefonnummer haben. Ja, genau. Ach so, okay. So, e-mail-Adresse nochmal. Genau. So, und, äh, wenn wir da jetzt hier eine Kartennummer haben. Genau. Da gehen Sie, ist das eine Visa oder Mastercard? Habe ich beides. Okay, probieren Sie mit der Mastercard, wenn Sie möchten, ist egal. Ja, okay, dann nehme ich die Mastercard. Genau. So, dann die Mastercard-Nummer muss dann da rein. Genau. So, jetzt läuft da irgendwas. Ja, jetzt, das ist okay. So, und jetzt das Ablaufdatum. Genau. Und der VV-Code bestimmt verlangt es auch. Ja, genau, das will er hier auch haben. Okay. So, und jetzt gehe ich auf Einzahlen. Jetzt, äh, jetzt wabbelt hier wieder irgendwas. Bitte? Jetzt, äh, schwabbelt hier wieder irgendwas rum und jetzt steht hier, die Transaktion wurde abgelehnt. Äh, Transaktion wurde abgelehnt? Ja. Okay, bekommen Sie ein Tankcall per SMS, um Ihre Einzahlung zu bestätigen? Oder ist es immer so frei? Ähm, ne, das ist so frei. So, jetzt bin ich irgendwie wieder auf der Startseite automatisch. Auf der Startseite. Ein Moment, wir prüfen kurz in unserem System. Mhm. Ob was passiert wurde? Ja. Okay, haben Sie die Summe 100 Euro eingegeben? Ähm, na, weiß nicht, das, was da jetzt noch stand. Äh, weil, ähm, da steht 100 Euro, das haben die System geprüft gerade. Achso, das ist dann falsch. Das nimmt er nicht. Dann muss ich dann, muss ich jetzt nochmal auf, auf Deposit. Genau, drücken Sie nochmal auf Deposit. Ja, dann machen wir das nochmal. Genau. So, ja, jetzt braucht es ja irgendwie wieder ewig lange auf der Webseite. Okay. Und jetzt welche bunte Punkte. Okay. Und jetzt muss ich hier nochmal alles eingeben? Genau. Okay, dann mach ich da nochmal alles rein. Okay. Also, wenn die Betrüger-Lady eins hat, dann ist es wohl Geduld. Tja, aber sie erhofft sich wohl scheinbar immer noch Kohle von mir, die sie bloß nicht bekommen wird. Auf jeden Fall nimmt sie sich ja nun hier schon das zweite Mal. Ewig Zeit. Das letzte Gespräch ging ja schon bummelig eine Stunde. Dann nochmal die Telefonnummer. Genau. Und die E-Mail-Adresse. Das müsste doch eigentlich alles schon auf der Seite stehen. Ist ja nervig, dass man das hier nochmal machen muss. Ja gut, aber wenn sie die Summe weniger eingeben, das nimmt Autos es nicht, ne? So, dann gebe ich das nochmal ein. So, die CVV-Nummer nochmal. Tja, im Gespräch selbst ist es mir gar nicht aufgefallen, weil es ziemlich leise war. Und auch hier im Video hört man es ziemlich schwierig, aber es hat im Hintergrund schon wieder geklingelt. Tja, da feiert sich gerade wieder jemand. Und sie erhofft sich scheinbar noch, dass sie die nächste ist, die klingeln darf. Jetzt gehe ich dann auf Deposit-Dings. Jetzt blinkt es hier wieder und jetzt steht hier wieder, die Transaktion ist abgebrochen. Transaktion wurde abgebrochen. Haben Sie schon wieder mit der Masterkarte? Ich habe das jetzt nochmal mit der Masterkarte gemacht, ja genau. Okay, und was steht da? Transaktion abgelehnt? Na, abgebrochen stand da. Abgebrochen? Aber Sie haben da alle Eingaben eingegeben, richtig? Ja, sonst geht es ja auch nicht weiter. Ich habe nur gesagt, das ist Stau zur Zeit mit der Einzahlung. Probieren wir noch einmal mit der Visa-Karte. Zum dritten und zum letzten Mal. Versprochen ist einer. Nehmen wir jetzt nochmal die Visa-Karte. Mensch, da nimmt sie den Mund aber ganz schön voll, dass sie mir verspricht, dass es jetzt das letzte Mal ist. Ich glaube, das hat sie in diesem Telefonat wohl nicht in der Hand. So, dann gehe ich jetzt auf Weiter wieder. Ah ja, da muss ich ja nochmal alles eingeben. Okay. So, dann muss ich nochmal die Straße. So, dann die Stadt. Die Postleitzahl. Und die Nummer nochmal rein. So, dann die E-Mail-Adresse nochmal. Ach ja, und jetzt soll ich die Visa-Karte nehmen. Ah, okay. Ja, dann war jetzt eine Frage. Die soll ich jetzt nehmen, ja? Die Visa-Karte, genau. Ja. Dann nehme ich nochmal eine Visa-Karte. Und dann das Datum. Das ist ein anderes. Und die Franchon. So, und jetzt nochmal auf die Pose. Okay, die Pose. Hm. So, dann gucken wir mal, dass das jetzt klappt. Jetzt steht hier wieder abgelehnt. Abgelehnt. Jetzt bin ich wieder auf der Startseite. Wir sind schon wieder auf der Startseite. Ja, das geht ja nochmal automatisch. Okay, okay. Okay, Steiner. Scheint meine, entweder haben wir Stau hier mit der Einzahlung, habe ich dir gesagt. Heute sind die auch Full Option, muss ich mal in die Sache. Ich meine, benutzen Sie Online-Banking? So, so langsam geht einem die Tante ja wirklich auch auf den Keks, wie oft sie wiederholt, dass sie ja, ach, so viele Einzahlungen gleichzeitig haben und sie sind jetzt hier auf Full und ach Mann ey. Also ich denke mal, wann die Geld verdienen und wann da einer was einzahlt, das hören wir am Klingeln. Tja, und so viele werden es ja wohl nicht sein, sonst würde ich die ganze Zeit im Hintergrund klingeln und feiern. Online-Banking habe ich auch, ja. Ja, dann schicke ich die Bankdaten, wenn Sie möchten, eine E-Mail und ich bräuchte nur eine Foto von der Überweisung rüber, bei der gleiche E-Mail, wo Sie die Bankdaten bekommen werden. Okay? Ja, meinetwegen. Immer anscheinend nach scheint sie ja nicht aus unserem Vorgespräch gelernt zu haben. Denn, wie sich herausstellen wird, ist das eine ganz schön schwierige Angelegenheit, mir die Bankdaten zu schicken und geschweige denn sinnvolle Angaben zurückzuerhalten. Aber, naja, man lernt halt wohl in diesen Callzentren eben nicht dazu. Ah, okay. Dann, einen Moment. Die Finanzabteilung schickt das gerade zu mir an die Bankdaten. Mhm. Schicke ich das sofort ein. Okay. Bei Ihnen ist die Musik schon wieder so laut. Ja, ist ein bisschen, weil es gibt immer so. Manchmal. Ich mache das schon wieder leiser. Kein Problem. Und da kann man die Musik nicht ausmachen? Äh, das können wir auch machen. Ja, dann machen Sie mal aus. Ja, und das macht sie halt eben nicht. Sie lässt die ganze Zeit die Musik natürlich an, weil würden sich wahrscheinlich die anderen dann beschweren, dass die Musik nicht mehr läuft. Ich weiß es nicht. Aber das Einzige, was sie halt tut, ist halt immer wieder öfter sie im Mikrofon dann zu muten. Aber leiser stellt sie die Musik nicht. Da machen wir es sofort. Ach, das ist leider kein Problem. Es ist besser jetzt für Sie, oder? Ohne Musik. Ich glaube, jetzt ist besser, ja. Ja. Okay, einen Moment. Wir haben die schon geschickt. Mal wieder auf Deutsch. Weil wir haben so viele Kunden, ne? Betreuung, Kunstschaften und alle Welt und deshalb schicken die auch eher Englisch aus. Ab und zu mal. Inzwischen ist er noch hier Posteingang. Ja, melde ich mich da auch schon mal an. Ah, okay. Dann brauche ich jetzt hier auch noch die Login-Daten. Okay, bei der Seite nichts klicken, kannst du raus. Von mir aus bei Logout. Immer bei Login, immer bei E-Mail-Adresse und dann was Wort eingeben. Das wissen Sie jetzt. Ja, genau. Da bin ich jetzt drin, ja. Haben Sie schon geschickt? Nein, noch nicht. Schicke ich das. Ah, okay. Bei der gleiche E-Mail-Adresse, ne? Geroltensteiner-Adresse, ne? Genau. Okay, genau. Okay, schauen Sie mal, haben Sie ein Mail von mir bekommen? Mama Johnson? Ich guck mal. Hab ich das gerade geschickt? Ne, ist noch nicht da. Schau mal, aktualisieren Sie noch einmal. Ja, aber noch nicht angekommen. Okay, schicke ich es noch mal an. Eigentlich müsste das sein, jede Sekunde. Schauen Sie mal jetzt. Hab ich zu zweitem Mal das gesendet? Dann aktualisiere ich noch mal. Manchmal dauert es so zwei, drei Sekunden, bis das kommt, oder? Ja, aber es ist noch nichts angekommen bei mir. Schauen Sie bei Spam und bei Jank, bitte, Herr Steiner. Kann ich auch noch mal reingucken? So, ne, da hab ich auch noch nichts drin. Also es ist noch nichts angekommen bei mir. Aber Gerald.Steiner at Martha, Dora, Cäsar, Cäsar, Friedrich, Ulrich, Nordolf.de Hm, genau, die ist richtig. Okay, dann schicke ich es zum dritten Mal jetzt. Hm. Ja, ich denke, du kannst mir noch ein paar weitere E-Mails schicken. Ja, manchmal dauert es hier bei mir vielleicht auch ein bisschen länger. Kann sein, ne? Kann auch, kann auch möglich sein. Es kommt drauf an, weil manchmal sind ja auch überfordert die... Hm. Manchmal auch die E-Mails sind voll, ne? Aber bei mir ist hier nicht voll. Ich hab auch letztes Mal bei der gleiche E-Mail zugesandet, deshalb. Hm. Und sie hatten geschrieben damals auch Dankeschön als Antwort, deshalb. Jetzt wundert mich, dass wir nichts bekommen haben. Ja, die E-Mail mit dem Dankeschön, die gab's tatsächlich nach dem Gespräch. Also, das letzte Gespräch kennt ihr ja. Und, ähm, tja, ich weiß nicht, wann sie die E-Mail gelesen hat, ob sie irgendwie im Urlaub war oder irgendwas. Auf jeden Fall scheint sie sich ja wirklich gar nicht mehr an uns zu erinnern. Das Dankeschön, das war auf jeden Fall nicht so gemeint, dass, äh, ja, ich mich bei ihr bedanken möchte für den guten Service. Das war sogar am 14.09. 12.40. Hab ich da letztes Mail damals geschickt. Hm. Kann ich ja mal gucken. Ja. Aber schauen Sie mal jetzt, der Neuen. Hm. Das lädt noch. Bei Span oder bei Zank manchmal landen die E-Mails, ne? Hm. Hm, ja, ja, ich aktualise das hier. Aber jetzt braucht es ja gerade irgendwie ein bisschen länger. Das glaube ich Ihnen. Bestimmt haben wir auch viele andere E-Mails bekommen. Und manchmal, wie ich gesagt habe, wird auch der Computer bevor, na, oder? Hm. Ja, hier kommt ziemlich viel Kram rein. Na, 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 na. Wer wird denn da schon langsam ungeduldig? Wir telefonieren doch erst 30 Minuten. Äh, jetzt hat er das zumindest schon mal auf. Jetzt aktualisiere ich nochmal. Genau. Mal erst, weil ich habe drei Mal zugesandert. An welche E-Mail-Adresse hatte ich schon mal zurückgeschrieben? Habe ich bei gerold.steiner.at. Ne, an welche E-Mail-Adresse ich schon mal geschrieben habe? Bei der gleiche E-Mail bei Anna Sonsson. Ach so. Bei mir. Anna Sonsson.at Eurocapitals.com. Haben Sie einfach Dankeschön geschrieben als Antwort? Ah ja, genau. Da, hm. Das war, das war 4.09. Na? Ich schaue mal kurz auf die E-Mail. Welche Uhrzeit war das da ungefähr? Ja, ich habe schon gefunden. Aber eine neue E-Mail ist noch nicht weiter angekommen. Also ich habe jetzt hier von der Sparkasse was bekommen. Aber von Ihnen noch nicht? Nein, nein, von Sparkasse. Okay, bestimmt nicht. Aber schauen Sie mal. Dann soll ich noch einmal zum 5. Mal zusammeln. Dann schauen Sie mal. Vielleicht werden Sie in Ihrer E-Mail 5 Mal Bankdatum bekommen. Ich kann mich ja auch nochmal neu anmelden. Ich log mich mal aus. Neu anmelden, genau. Ist auch besser so. So. Jetzt lädt er hier nochmal lauter Krempel runter. Nee, aber ist noch nichts angekommen bei mir. Das ist aber komisch jetzt. Schicken Sie mir einfach hallo. Wann sind Sie nicht? Bei Anna. Oder ist was gekommen jetzt? Nee, aber ich habe ja hier. Warten Sie mal. Ich habe sie ja noch im Verlauf. Dann kann ich ja da. Muss ich das nochmal suchen. Ah ja, da. Genau, auf die Sucheleiste da. Anna, sonst. Ja, dann schreibe ich da nochmal. Dann antworte ich noch einmal damit. Hm. So, jetzt habe ich die E-Mail rausgeschickt, ja. Moment. Schau mal da, ob ich aktualisier mich die ganze Zeit auch jetzt. Ah, jetzt ist Kuckuck, haben Sie geschrieben? Hm. Okay, ein Moment. Dann antworte ich mich mit den Bankdaten. Dann schauen wir mal, ob das klappt dieses Mal jetzt. Weil Sie haben eine andere E-Mail, Info jetzt. Der andere war an. Ja, die gehen beide. Ah, Sie benutzen da beide. Schauen Sie mal, haben Sie was jetzt bekommen? Hm. Nee, ist noch nicht da. Aktualisieren Sie noch einmal, liebe Busshänger. Weil das kann nicht sein. Sie haben Kuckuck geschrieben, habe ich bekommen und habe ich dann geantwortet. Ach Leute, welcher seriöse Kunde schreibt Kuckuck in eine E-Mail zu Nafin oder zu einem Finanzunternehmen? Jetzt mal im Ernst. Also die begreifen wirklich nichts. Aber es ist noch nichts zurückgekommen. Wie kann denn das passieren jetzt? Das weiß ich auch nicht. Aber Sie können ja die Bankdaten auch so sagen. Dann kann ich mir die ja aufschreiben. Oh Mann, die wird sich noch ärgern, dass sie mir die Bankdaten tatsächlich durchbuchstabiert hat. Ihr wisst, wie lang Bankdaten werden können. Das kann ich auch so sagen. Oder wenn Sie möchten, dann auch per NED-Desk mit Notis oder kann ich auch so sagen. Das wäre kein Problem für mich. Nee, eigentlich nicht. Aber wir bräuchten dann, wir bräuchten aber das Foto dann von der Überweisung rüber, ne? Hm. Okay, dann schreiben Sie, dann buchstabiere ich alles. Hm, dann schreibe ich mir das auf. Okay. Bei Empfängernamen? Hm. Alles groß bitte. I wie Ida. Hm. C wie Cäsar. Ja. F wie Friedrich. Hm. Leerzeichen. Hm. Großes A wie Anton. Ja. T wie Theodor. Hm. El wie Ludwig. Hm. A wie Anton. Hm. Theodor. Ja. Ida. K wie Quele. Hm. U wie Uwe. E wie Emil. Hm. Leerzeichen. Hm. Siegfried Anton. Hm. Leerzeichen. Hm. Dora. Heinrich. Hm. Ludwig Marta. Hm. Okay. Und denn? Haben Sie bei Empfänger ICF Atlantique S A D H L M. Richtig geschrieben? Ja. Was bedeutet das? Das ist der Empfänger Name. Okay. Die Bank. Ja. Aber das Geld werden Sie sofort schauen in Ihr Handelskonto, wo Sie angemeldet haben. Sofort. Hm. Okay? Sobald das gelandet wurde. So, bei IBAN. Hm. Schreiben Sie L T Ludwig Theodor. Hm. Hm. 2 9. Hm. 3 2. Hm. 5 0 0. Ja. 4 1. Ja. 0 8. Hm. Hm. 3 2 4 8. Hm. Okay. Können Sie das wiederholen noch einmal, bitte? Ja. Warten Sie. Ups. Jetzt möchtest du von mir, dass ich es wiederhole. Wie blöd, dass ich nicht mitgeschrieben habe von Anfang an und habe sie einfach nur irgendeinen Scheiß erzählen lassen. Müssen wir wohl nochmal von vorne anfangen. Wie schade. Ja. Mist. Jetzt habe ich es irgendwie weggemacht. Sagen Sie mal nochmal. Was haben Sie weggemacht? Ich habe die Seite aktualisiert. Jetzt ist es weg. Ah. Okay. Okay. Schauen Sie mal. Vielleicht haben Sie auch eine andere E-Mail von meiner anderen Assistentin bekommen. Von Sam Davies. Warten Sie mal kurz. Vielleicht haben Sie was bekommen. Ne. Im Posteingang ist immer noch nichts Neues. Immer noch nichts Neues. Hm. Also die letzte E-Mail, die ist jetzt hier auch von 17 Uhr noch was. Also. Kein Problem. Dann schreiben Sie noch einmal den E-Bahn. Ja. Sagen Sie nochmal, ja. Ludwig Theodor. Hm. 2-9. Hm. 3-2. Hm. 5-0-0. Hm. 4-1. Hm. 0-8. Hm. 5-0. Hm. 8-0. Ja. 2-4-8. Ja. Und der Name war nochmal von, also was, was ich oben eingeben muss? Weil das ist ja auch weg jetzt. Welcher Name? Na, der lange Name von, von dem Empfänger. Ah, okay. Soll ich noch einmal eingeben? Hm. Buchstabier. Ja. Okay, dann schreiben Sie noch einmal die Empfänger. Ida. Hm. Cesar. Hm. Friedrich. Alles groß bitte, ja? Hm. Leszweichen. Ja. Anton. Ja. Theodor. Ja. Ludwig. Ja. Ja. Also ich denke mal, man hört es am Pusten, aber ich musste mir echt das Lachen verkneifen, weil die echt so doof ist und mir das Ganze hier nochmal durchbuchstabiert, von Anfang bis Ende die gesamten Bankdaten. Naja, und dann wohl, ups, nochmal umsonst. Anton. Ja. Theodor. Hm. Ida. Hm. Quelle. Hm. Uwe. Hm. Emil. Ja. Ja. Leszweichen. Hm. Siegfried. Anton. Hm. Leszweichen. Hm. Dora. Hm. Heinrich. Hm. Ludwig. Hm. Martha. Hoffentlich machen Sie das nicht weg. Jetzt haben Sie es, oder? Nein, ich habe das hier alles, ja, ja. Hm. Okay. Und bei B, bitte? Bei was? Bei Big. Ach so, ja. Okay, dann schaffen Sie alles Girls schon wieder. Richard. Hm. Emil. Hm. Vogel. Hm. Otto. Hm. Ludwig. Hm. Theodor. Hm. 2, 1. 2, 1. 2, 1, ja. 3 mal die X. Und 3 X. Hm. Okay. Können Sie das wiederholen, was ich geschrieben habe, bitte? Hm. Was jetzt genau? Können Sie noch einmal wiederholen, der Big, bitte? Na, ach so, die Big. Hm. Genau. Was ich geschrieben? Ein R, ein E, ein V, ein O, ein L, ein T, eine 2, eine 1, ein X, ein X und noch ein X. Okay, super. Und dann ein Verwendungszweck? Ah ja, das brauchen wir ja auch noch, ja. Richtig. Alle, äh, so groß. Schon wieder? Hm. David Ola. Hm. Ovi Otto. Hm. 5. Eine 5, ja. Hm. Minus. Minus. 2, 3. Ja. 4, 5. Ja. 5, 5, 5. 5, 5, 5, ja. Das sind 4 mal die 5, ne? Ungefähr. Äh. Widerholen Sie noch einmal, was Sie geschrieben haben, bitte? Ein, ein D, ein O, eine 5, ein, ein Minus. Ja. Eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, noch eine 5, noch eine 5 und noch eine 5. 4 mal die 5, okay. Äh, schreiben Sie auch die Bankname, falls Sie das, äh, verlangt, weil Sie müssen eine Sehbebeweisung tätigen, deshalb. Ja, dann. Manchmal bauen Sie den Namen, Bankname. Ja. Äh, großes R wie Richard. Ja. Dann alles klein, E wie Emil. Einmal? E, E wie Emil. Ah ja, hm. V wie Vogel. Ja. O wie Otto. Ja. Ja. El wie Ludwig. Ja. U wie Uwe. Ja. T wie Theodor. Hm, ja. Lerz Reichen. Ja. Großes B wie Bertha. Ja. Alles klein jetzt. U wie Uwe. Ja. S wie Siegfried. Ja. I wie Ida. Ja. En wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Ja. Siegfried, Siegfried. Ja. Zweimal. Ja. Ja. E wie Emil. Ja. Siegfried. Kann Sie noch einmal wiederholen, was Sie geschrieben haben? Ja, da steht ein R, ein E, ein V, ein O, ein L, ein U, ein D, dann ein... T, 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 nicht D. T wie Theodor, bitte. Achso, ich dachte ein D wie Theodor. Wie D wie Theodor. Ne, dann habe ich das... Moment. Ich sag nochmal, ja? Ja. Ein R, ein E, ein V, ein O, ein L, ein U, ein T, ein Leerzeichen, dann ein B, ein U, ein S, ein I, ein N, ein E, ein S, ein S, ein E, ein S. Richtig, perfekt. Sie haben da alles. Ja, okay, dann habe ich richtig. Okay, und äh, will Sie das alles richtig spielen, ne? Wie ich gesagt habe, Sie bei Überweisung tätigen und äh, ich bräuchte eine Kopie. Soll ich äh, an die Leitung warten? Äh, ja. Äh, und bei Betrag, da dann die, äh, die 100 Euro. Äh, 250. Ah ja, 250 waren das, ja genau, das habe ich vergessen. Dann bekommen Sie sofort von unserer Seite aus 250 Euro dazu und drei Positionen heute. Oh, ich glaube, ich habe gerade E-Mails bekommen. Hm, haben wir wohl umsonst alles abgetippt, weil ich habe noch einen Fehler festgestellt. Ach, dann nehme ich lieber die Daten aus der E-Mail und nicht die, die sie mir hier fünf Minuten lang durchbuchstabiert hat. Äh, jetzt habe ich auch die Bankdaten bekommen. Jetzt steht das hier. Haben Sie die Bankdaten bekommen, okay, von mir oder von meinem Assistent? Na, hier steht, äh, Empfängername, da Anna, Anna Johnson. Anna Johnson, ja, von mir. Sehen Sie, haben Sie irgendwie Stau mit der E-Mail? Jetzt kommen noch mehr. Ja, jetzt habe ich noch mal Bankdaten. Ja, weil ich habe doch viermal das zugesendet, weil sie sagt dann die ganze Zeit, sie bekommen nichts. Aber immerhin, jetzt einfach kopieren, was Sie schauen bei der Bankdaten, bei Anna Johnson. Dann ist es besser. Na, also soll ich das, was wir jetzt gerade gemacht haben, wieder rauslöschen? Ähm, was denn? Na, das, was Sie mir buchstabiert haben, soll ich wieder rauslöschen und dann nochmal neu machen? Warum müssen Sie neu machen? Na, Sie haben gerade gesagt, ich soll aus der E-Mail das nehmen. Ja, das kann Sie entweder per E-Mail kopieren oder die, was Sie geschrieben haben. Ist egal. Sie sind die gleichen. Ach so. Na, weil ich sehe jetzt hier zum Beispiel in der E-Mail, da ist ja auch ein Unterschied. Da ist ja nach dem D ist ja noch so ein komisches Komma vor dem H. Das stimmt. Okay, das stimmt. Dann nehmen Sie auch die von, äh, E-Mail bitte. Ja, ja, warte mal, jetzt kriege ich ja noch eine E-Mail mit Bankdaten. Aber das ist bloß in einer anderen Farbe. Ja, ne, ist aber so, ich glaube, das ist das Gleiche. Ja, dann, äh... Das Gleiche. Machen Sie von der E-Mail bitte. Einfach kopieren, weil das haben Sie auch leichter. Das brauchen Sie auch nicht sofort zu verbrechen. Ja, dann kopiere ich das da jetzt nochmal rein. So, Moment. Dann haben wir das auch gleich. Dann erstmal nochmal den Namen da rein. Bei Ihnen ist die Musik schon wieder so laut im Hintergrund. Hier. Ja, so, dann... Ja. Ja, warten Sie, dann muss ich noch den Betreff und die E-Bahn... So, und dann... Ja, ja, genau. Dann, äh, jetzt noch die PIN. Genau. Ich glaube, so langsam wird sie schon wuschig. Jetzt hat sie gehört, ich muss meine PIN eingeben bei der Banküberweisung. Sie hört sich schon selbst die Klingel läuten. Aber ich glaube, da machen wir ihren Strich durch die Rechnung. So, und... Abschicken. Ja, habe ich jetzt, habe ich jetzt gesendet, ja. Oh. Okay. Ja. Oh. Okay. Mensch. Die klingt überrascht. Hat wohl schon nicht mehr mit der Kohle gerechnet und nur hat er was überwiesen. Moment, ich aktualisiere Sie mich einmal den Posteingang. Wie, den Posteingang? Ich meine, haben Sie das zugesendet? Nein, ich habe jetzt die, die, bei der Bank habe ich das jetzt abgeschickt. Da ist jetzt weg. Ja, aber ich, das Foto, super. Aber ich brauche nur das Foto von der Überweisung. Ach ja, genau. Weil es wird von der Finanzabteilung verglichen, die Bankdaten. So, nun kommen wir wieder zu dem gleichen Blödsinn, wie auch schon in dem letzten Telefonat mit ihr. Die möchten jetzt natürlich noch die Bankdaten als Screenshot zugeschickt bekommen. Warum auch immer die das brauchen, tja, also beschleunigen tut es die Überweisung auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Vermutlich ist es so, dass sie dann, wenn sie den Screenshot hat, gleich die Klingel drücken kann und alle für sie klatschen können. Was anderes kann da nicht hinterstecken. So, dann muss ich da jetzt noch so ein Foto von machen, ja. Genau. So, und das, da antworte ich dann auf die, auf die E-Mail-Adresse nur. Genau, bei Anna Dörstung. Hm, dann mache ich da das Bild rein. Okay, Foto hinzufügen. Mensch, so langsam hat es aber auch wirklich gar keinen Elan mehr. Man merkt es ihr schon so richtig an, dass sie eigentlich total fertig ist und überhaupt keinen Bock mehr auf mich hat. So, und dann habe ich das jetzt abgeschickt, ja. Okay, ich schaue mal nach, ich aktualisiere mich jetzt, mein Postangang. Noch nichts gekommen, Mama. Und so, ich habe das jetzt abgeschickt, also gerade eben. Bis jetzt ist noch nichts angekommen, schauen wir mal. Soll ich nochmal schicken? Schicken Sie bitte nochmal. Ja, dann schicke ich nochmal. So, dann gehe ich jetzt hier nochmal auf Antworten und dann mache ich jetzt hier nochmal das Bild rein. So, und jetzt hat er nochmal abgeschickt, ja. Bis jetzt ist noch nichts angekommen, aber ich aktualisiere noch einmal. Ja, vielleicht ist jetzt bei Ihnen Stau mit der E-Mail. Kann auch passieren. Aber können Sie noch einmal bei Guckuck, noch einmal, so wie die erste E-Mail das gesandt hat, können Sie das auch zusandern. Vielleicht klappt es, vielleicht habe ich auch Stau, aber bis jetzt ist noch nichts angekommen. Also noch eine E-Mail denn? Ja, ich meine, so wie die erste, dass Sie mir geschrieben haben, ne. Einfach mit einem Foto antworten, weil bis jetzt ist noch nichts angekommen. Na, ich hatte jetzt auf Antworten gedrückt und da hatte ich dann das Foto mit dazu gepackt. Ja, schauen wir mal. Ich aktualisiere mich die ganze Zeit. Einen Moment. Und können Sie noch einmal bei der E-Mail, dass Sie mir geschickt haben, bei Guckuck? Weil bis jetzt ist noch nichts da. Ist wirklich Stau irgendwie heute mit uns beide, auch bei Ihnen, auch bei uns. Also soll ich jetzt nochmal eine dritte E-Mail schicken? Oder wie? Ja, ja, und an dieser Stelle ist dann tatsächlich das Telefongespräch irgendwie abgebrochen und ich habe, weiß ich nicht, zwei Minuten Selbstgespräche mit mir geführt und ja, habe ich jetzt natürlich mal rausgelassen, weil da war wirklich nichts Sinnvolles mehr damit dabei. Außer, hallo, ist da noch jemand? Brauchen wir hier nicht, aber die Tante hat natürlich dann auch gleich wieder angerufen, weil wir waren ja noch mitten im Geschäft. Sie braucht ja noch diesen komischen Screenshot, warum auch immer. Also für mich wäre das Geschäft jetzt eigentlich erledigt gewesen und hätte nicht nochmal angerufen, zumindest aus Betrügersicht. Aber scheinbar muss es ja doch irgendwo einen wichtigen Grund haben. Vielleicht kann sie die Klingel noch nicht drücken und wartet da noch drauf. Auf jeden Fall meldet sie sich sofort wieder. Wie ein leeres Foto. Also kam jetzt an mein Bild, oder? Das ist ein schönes Bild, farbig, ohne nichts. Meinen Sie das? Also ich habe hier so ein, keine Ahnung, wie man das nennt, hier mit der Drucktaste auf der Tastatur. Ja, wir haben sie was falsch gedruckt, weil die ist ganz leer. Okay, probieren Sie noch einmal bitte. Okay, probieren Sie jetzt hier bitte nochmal. Hm, ich glaube da ist jemand echt angepisst mittlerweile. Weil das Gespräch geht ja mittlerweile schon so ein paar Minütchen. Hm, schade, dass wir Sie noch eine ganze Weile nicht aus der Leitung lassen. Verpasst auf jeden Fall auch nicht das Ende. Denn das wird nochmal ein kleines bisschen lustig mit ihr. Weil ich lasse den Betrug natürlich noch auffliegen. Und es passt ihr nicht so richtig. Also soll ich jetzt nochmal schicken? Also ich habe ja schon drei, vier oder fünfmal geschickt. Sie haben nicht fünfmal geschickt, sondern Sie haben eine leere Foto geschickt. Ja, ja, aber ich hatte Ihnen ja mehrfach schon das Bild geschickt. Von der Überweisung. Okay, und wenn es das Bild von der Überweisung gewesen wäre, das wäre hier in Ordnung. Und nicht nur so ein leeres Foto. Verstehe ich nicht, Lea. Das kapiere ich nicht. Ja, das ist leer, Herr Steiner. Ohne Spaß, Lea. Aber ich kann ja nochmal schicken. Dann vielleicht... Schicken Sie noch einmal. Oder ist da irgendwas kaputt? Kein Problem. Tja, sie sollte vielleicht einfach nicht so oft erwähnen, dass sie Zeit hat. Denn die nehme ich mir auch für sie. Denn die Zeit, die ich mir für sie nehme, kann sie sich für keinen anderen Betrug nehmen. Bedeutet auf jeden Fall, wenigstens vielleicht ein Opfer weniger. Also ich habe jetzt... Jetzt habe ich nochmal geschickt, ja. Ah, so schnell? Ich habe ja hier noch auf dem E-Mail alles. Ah, okay. Aber haben Sie geprüft? Alles. Na, wenn ich das Bild bei mir aufmache, dann sind da die Bankdaten ganz normal drin. Ah, okay. So, wie ich das gemacht habe mit der Taste. Meine Güte, mittlerweile hat sie sich wohl schon an meine Geschwindigkeit gewöhnt und wundert sich, dass bei mir mal was schnell geht. Also hier mit vom Bildschirm. Bei mir ist noch nichts. Ich hoffe, dass jetzt nicht ein leeres Foto ist. Ich habe ja kein leeres Foto geschickt. Das glaube ich Ihnen. Vielleicht ist auch Ihr Drucker irgendwie kaputt. Oder? Kann auch passieren. Dann soll sie nicht so... Also ich sehe es ja, wenn ich draufgehe. Dann ist ja da... Also das, was ich hier so abfotografiert habe. Aber Sie haben ein schönes Foto gemacht. Bis jetzt ist noch nichts gekommen. Probieren Sie noch einmal. Es ist beinahe. Wir haben das zwar. Dann lade ich das jetzt noch mal. Lade Sie noch mal. Und zu tun für die Umstände, ne? Ach, ich habe das hier glaube ich an den Falschen geschickt. Weil hier kamen die Bankdaten noch mal von wem anders. Haben Sie bei meinem Assistenten geschickt? Na hier steht Samtavis. Oder irgendwie so. Auch bei meinem Assistenten haben Sie auch ein leeres Foto geschickt. Wenn der so heißt, dann habe ich dem das jetzt geschickt. Okay, können Sie auch als Bedeutung sagen, aber irgendwie ist es komisch jetzt. Wie komisch. Ich meine, Sie schicken nur ein leeres Foto. Das Foto ist doch aber bei mir gar nicht leer. Wenn ich das hochlade, dann steht ja auch nicht dran, dass das leer ist. Das ist 275 Kilobyte groß. Ja, ja, klar. Das glaube ich Ihnen. Aber das komischste ist, dass das Foto kommt immer leer. Nur farbig, schön farbig. Ist das E-Mail-Postfach bei Ihnen kaputt? Ne, mein Postfach funktioniert super, super gut. Bei BIPCS habe ich so viele Überweisungen bekommen. Und habe auch nie Probleme gehabt. Das ist komisch. Schauen Sie noch einmal, bitte. Ach, Moment. Ich habe jetzt zwei E-Mails von Ihnen bekommen. Ich lasse mich überraschen, ob die voll sind oder leer. Schon wieder leer. Sehr klar. Und schon wieder leer. Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht, dass meine, weil Sie sind, ich meine, Sie sind ein Geschäftsmann. Sie wissen, so wie ein Überweisungstisch. Ach. Das denke ich auch, ja. Also, wenn ich Ihnen das schicke, dann... Ja, denke ich auch. Aber ich meine, probieren Sie ein SPD. Ja, dann... Die haben das, ich auch. Warten Sie, dann mache ich da nochmal eine PDF-Datei draus. So, das... Ja, kleinen Moment. Jetzt macht das Programm hier erst noch... Ja, kein Problem. Ich habe Zeit. Lassen Sie ruhig Zeit. Kein Problem. Ja, wie gesagt. Sie sollte vielleicht nicht so oft sagen, sie hat Zeit. Auch wenn das letzte Mal schon ziemlich energisch geklungen hat. Ich habe sie jetzt drei Minuten dreißig lang angeschwiegen. Und sie hatte mich ja unterbrochen. Eigentlich wollte ich ja sagen, hier, mein Programm macht noch Updates, bla bla. Tja, aber sie hat auch schön mitgemacht und die ganze Zeit darauf gewartet, bis ich mal wieder was sage. So lange ist die Leitung halt einfach still geblieben. Den Teil habe ich euch natürlich erspannt und auch wieder rausgeschnitten. So, jetzt habe ich das hier in der PDF drin. Okay, dann schauen wir mal, ob dieses Mal klappt. Ich lasse mich überraschen wieder. So, dann gehe ich jetzt hier nochmal aufs Wenden. Okay. Haben Sie bei mir geschickt oder bei Sam Davis schon wieder? Ja, nee, bei Ihnen. Die andere habe ich jetzt hier rausgemacht, die Adresse. Haben Sie raus? Ah, gut. Nicht, dass bei Ihnen auch schau wird, ne? Sonst wird das blockiert auch. Ist noch nichts da. Noch nichts da. Kannst du noch einmal bei Sam Davis, bei meiner Assistentin? Bei da kommen schneller immer. Na, da habe ich ja jetzt die ganze Adresse gelöscht schon, also weggemacht schon. Ah, haben Sie alle Adressen gelöscht? Ah, okay. Weil, damit ich mich wieder an die falsche schicke, weil das ging ja vorhin. Nein, 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 haben Sie gut gemacht. Bei mir ist noch nichts da. Vielleicht kommt er ein bisschen später. Und Sie haben gesagt, Sie haben ein bisschen Erfahrung an der Börse, Herr Steiner, richtig? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ah, okay. Sie sind ein, sagen wir so, ein Anfänger. Mhm. Oder? Okay. Ist noch nichts da. Sehen Sie so lieb, schicken Sie mich noch einmal, bitte? Ja, ich mache noch einmal. Wer nicht von Ihrer Seite. Ich habe es noch einmal geschickt. Okay. Ist noch nichts da. Ist noch nichts da. Ist noch nicht da? Nein, vielleicht kommt ein bisschen später. Bei meinem Assistent kam es immer ein bisschen schneller. Soll einmal mein Assistent noch einmal Hallo? Ja, dann kann ich da noch einmal drauf antworten, ja. Genau. Schreibt noch einmal Hallo. Schauen Sie mal, haben Sie was bekommen von meinem Assistent? Von Sam Davis? Ich aktualisiere noch mal. Aktualisieren Sie noch einmal Ihr Posteingang, bitte? Bei mir ist nichts angekommen. Nee, aber ich hätte es noch nichts angekommen. Aha. Aktualisieren Sie noch ein Mal Ihr Posteingang. Sollte da sein, ja, das könnte da sein. Bei mir ist nichts. Moment. Nee, ist noch nicht da. Aha. Der hat doch zweimal geschickt. Wollen Sie noch einmal, bitte? Hm. Wenn nicht, dann locke ich mich jetzt hier noch einmal aus. Das hat ja das letzte Mal auch mehr oder weniger geklappt. Genau. Aber was ich nicht verstehe, ist, das kommt immer so ein leeres Foto von ihr auch. Ich meine, Sie haben Interesse mit uns zu handeln, sondern hätten Sie ja nichts gekümmert, wenn es so wäre, wenn es gegenseit wäre. Jetzt habe ich hier ein Hallo drin stehen. Also, das kam jetzt. Ah, ja, hallo. Okay, okay. Dann wollten Sie noch einmal. Natürlich schnell nochmal ablenken, weil so langsam wird sie dann schon skeptisch. Und wir sind doch kurz vor dem Finale, aber ein bisschen zögern wir das Ganze noch hinaus. Ja, dann schicke ich da jetzt nochmal das Foto hin. Ja, schicken Sie noch einmal das Foto. Ich darf mich überraschen jetzt. Wir haben ja schon eine PDF gemacht. Moment, dann mache ich die. Ja, das PDF noch einmal, bitte. Moment, die habe ich woanders abgespeichert. Weil von mir ist nichts gekommen. Also, so langsam ist es ja wirklich so richtig träge schon. Was ich jetzt hier an Stummpausen rausschneide, ist schon eine ganze Menge geworden. Das war am Anfang des Gesprächs eigentlich noch gar nicht so. Erst im zweiten Teil, als sie dann nochmal angerufen hat, wurde das dann langsam Stück für Stück immer mehr. Dass sie nicht mehr so wirklich Kraft hatte, noch weiterzumachen. Aber das Ganze ging ja auch schon bis zu dem Zeitpunkt, über eine Stunde. Habe ich etwas geschickt, ja. Habe ich geschickt? Mhm. Weil bei mir ist nichts gekommen. Dann, ich lasse mich überraschen von meiner Zustand. Vielleicht hat er was bekommen. Mhm. Weil, kann auch passieren. Manchmal sind auch meine Eltern voll. Es wird so wie eine Warteschlange, aber von ihnen habe ich nichts bekommen. Ich habe an den... An den anderen habe ich geschickt. Nee. Auch bei meiner Assistenten nicht. Jetzt habe ich auch noch eine zweite E-Mail von dem anderen bekommen. Aha. Also, sie... Steht nochmal Hallo drin. Also, von meiner Assistenten. Da hat er zweimal gesendet, weil sie sagen, die ganze Zeit haben nichts bekommen. Das war... Ja, jetzt ist es gekommen. Jetzt ist es gekommen, ja. Aber bei mir, komischerweise, ist nichts gekommen von ihnen. Na, ich hatte ja vorhin schon geantwortet. Da haben sie ja gesagt, das andere von mir... Ja, das glaube ich ihnen. Das glaube ich ihnen, Herr Steiner. Gottes Wille. Sie haben nur Interesse mit uns zu arbeiten. Sonst hätten sie das nicht... Oder? Ja. Ja, klingt nicht so überzeugend, oder? Sanna? Mhm. Leider ist man nichts... Okay, ist nichts gekommen. Kann wir das mit AnyDash verbinden? Mit AnyDash? Ja, probieren wir die letzte... Genau, probieren wir die letzte Möglichkeit. Ja, dann sagen Sie mal Ihre Nummer. Ja, ein Moment. Und sagen Sie mir auch Ihre Nummer gerade. Ne, na, wenn Sie mir Ihre Nummer sagen, dann kann ich ja gucken, wo das da bei Ihnen klemmt. Weil bei uns klemmt. Hm. Weil bei mir ist ja das Bild drin. Äh, nee. Probieren wir einmal. Geben Sie Ihre Nummer und dann schauen wir mal, was passiert. Äh, wie meine Nummer. Ich meine von AnyDesk. Ne, na, wenn Sie da Hilfe brauchen mit dem Computer, dann brauche ich ja Ihre AnyDesk-Nummer. Okay, äh, feiner. Ich habe mein AnyDesk schon geöffnet. Und ich bräuchte nur die AnyDesk-Nummer und dann werden wir zusammen verbunden. Naja, dann sagen Sie mir mal Ihre Nummer. Tja, da ist die Kleine wohl ein kleines bisschen überfordert mit der ganzen Geschichte. Dass ich Ihre AnyDesk-Nummer haben will und ich das Spielchen gerade versuche ein bisschen umzudrehen. Naja, aber ihr könnt euch vorstellen, dass sicherlich jetzt gleich die Bombe platzt und wir das ganze Ding hier zum Überlaufen bringen. Das Überlaufen dauert hier allerdings auch wieder einen kleinen Moment, weil, naja, ich glaube, sie ist noch ein bisschen streitlustig und glaubt mir wieder nicht, was ich ihr sage. Okay, und ist es schlimmer, wenn Sie mir das Ihren geben, oder wie? Weil ich werde nur eigentlich eine Anfrage senden, nichts anderes. Ja, nee, aber Betrüger lasse ich ja nicht auf meinen Computer. Ah, Betrüger lassen Sie auch nicht auf Ihren Computer. Das bedeutet, Sie sind eine Betrüger deshalb, oder wie? Ne, Sie sind ja der Betrüger. Weil, das habe ich schon... Okay, Herr Steiner, das habe ich schon die ganze Zeit gemerkt. Ah ja, deswegen rufen Sie auch nochmal an. Wir haben das letzte Mal schon eine ganze Stunde miteinander verschwendet. Ganz genau. Sie hat es die ganze Zeit bemerkt, dass ich Sie verarsche. Deswegen haben wir jetzt nun auch schon das zweite Mal eine ganze Stunde miteinander verplempert. Und diesmal ja sogar noch ein bisschen länger als davor. Und davor habe ich ja schon klar gemacht, dass das Betrüger sind. Hm, also, weiß ich nicht. Aber die hat auf jeden Fall nichts gemerkt. Okay, und deswegen müssen Sie nicht als Spaßvogel da sein, okay? Das hat ja nichts mit Spaßvogel zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Öffentlichkeit darüber aufgeklärt werden muss, was Sie eigentlich für einen Betrug machen. Okay, woher wissen Sie, dass ich Betrug mache? Haben Sie meine Firma getestet? Ja, ganz genau. Man braucht ja bloß mal nach der Firma im Internet googeln, was da so für Revisionen bei rauskommen. Und das nächste ist ja schon, dass man Ihre Telefonnummer nicht mal erreichen kann, wenn man Sie zurückrufen möchte. Ach ja, nee, nee. Lassen Sie mich kurz, dann, äh, ich mache einen Test. Ich lege auf und klinge Sie kurz, rufen Sie kurz noch einmal und dann schauen wir mal, wer der Betrüger ist. Ja, die Betrügerin sind Sie auf jeden Fall, weil man kann ihn nicht erreichen über Ihre Telefonnummer. Okay, Sie kennen mich als erstes, Sie kennen mich nicht. Zweitens, am Internet googeln, total falsch, das ist keine Nix da über unsere Firma, weil wir sind seit 2009. Und bevor Sie eine Vorrufe machen, wissen Sie, es wird alles aufgezeichnet, okay? Das ist ja schon wieder das nächste Illegale. Sie dürfen mich gar nicht einfach aufzeichnen. Das ist nicht Illegal. Das ist nicht Illegal. So, dann, dann, hören Sie mal, was kommt bei Ihrer Rufnummer? Ihre Rufnummer ist ungültig, wenn ich Sie zurückrufe. Aha. Da sagen Sie es. Aha. Wo haben Sie angerufen? Haben Sie beide gleiche angerufen jetzt? Ja, ich rufe bei der Nummer an, mit der Sie mich gerade anrufen. Ich habe hier noch ein zweites Telefon stehen und wenn ich die Rufnummer... Sie haben ein zweites Telefon. Richtig. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Ihre Rufnummer zurückrufe... Ich rufe erst mal zu, weil Sie machen Vorwürfe, bei der Menschen das nicht, wirklich nicht verdienen. Okay? Natürlich verdienen Sie das, aber Sie können ja gerne noch mal zuhören, was passiert, wenn ich Ihre Telefonnummer wähle. Passen Sie mal auf. Was verbindet noch? Verbinden Sie es, aber wenn ich es auflege, wenn Sie zurück anrufen, dann schauen Sie mal. Ich meine ernst und ehrlich. Es ist ja Bullshit. Es ist ja absoluter Bullshit. Wenn ich Sie versuche anzurufen... Nein, das ist Bullshit. Lassen Sie mich kurz. Ich lege auf. Machen Sie einen Test und dann schauen wir mal, wenn Sie... Ne, wenn Sie auflegen, dann gehen Sie ja nicht wieder ran. Sie melden sich ja dann nicht mehr bei mir. Ich gehe schon. Hundertprozentig, weil ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich lege auf. In einer Sekunde rufe ich Sie an. Ja, das ist ja... Das ist ja Quatsch. Sie sind nichts anderes als Betrüger. Sie glauben... Okay. Sie machen Vorwürfe an die anderen Menschen. Die Weltrufnummer ist ungültig. Tja. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was für ein System Sie da benutzen. Das ist ja ein ganz normales Telefonsystem. Auf jeden Fall benutze ich kein illegales Telefonnummern-Zubring. Nein, lassen Sie mir es, weil ich benutze kein illegales. Ich lege auf und rufe Sie einmal bitte. Ich lege auf. Ja, ja. Dann rufen Sie mich nochmal an. Ich glaube, das sagt alles. Ich meine, ich habe es ihr ja bewiesen, aber sie hat es irgendwie nicht verstanden. Ja, aber sie hat tatsächlich auch nochmal angerufen, was mich wirklich extrem verwundert hat. Und ich vermute mal, dass die tatsächlich denkt, dass ihr Job legal und seriös ist. Und checkt es überhaupt gar nicht, in was für einer Firma die arbeitet. Ist schon traurig. Aber man kann sie auch nicht vom Gegenteil überzeugen, obwohl ich es ihr schon zeige, dass ihre Rufnummer nicht anrufbar ist. Ich meine, gut, ich hätte auch irgendeinen anderen Scheiß eingeben können. Aber letztendlich, ich habe ja mit der telefoniert. Also was soll ich da noch ringsherum hantieren? Ich habe einfach nur auf Wahlwiederholung bei ihrer Rufnummer gedrückt mit dem anderen Telefon. Ich meine, ich nutze ja ganz normal eine Telefonanlage und habe natürlich, auch wenn sie mich auf einem anderen Telefon anruft, die Nummer von dem Telefon, mit dem sie mich eben anruft, auch auf dem anderen Telefon stehen. Mit dem Vermerk, dass ich da eben auf dem anderen Telefon abgenommen habe. Ja, und ich habe nichts anderes gemacht, als da zurückzurufen. Aber naja, sie ruft ja noch mal an. Wir hören uns noch den Schluss an. Ich habe es gar nicht probiert. Doch, ich habe es probiert. Ihre Telefonnummer geht nicht. Moment, Moment. Ich sage ernst und ehrlich. Ich habe schon aufgelegt, habe ich erwartet, ihren Anruf. Ja, das geht ja technisch nicht. Man kann sie nicht zurückrufen. Scheinbar sind sie über ihre eigene Firma gar nicht richtig informiert. Sie arbeiten in einem illegalen Callcenter. Ja, dann können Sie das gerne machen. Da warte ich drauf. Melden Sie sich bei mir. Melden Sie sich bei mir und dann habe ich Ihre Daten. Ich habe keine Anmeldung bei uns. Ja, was anderes war auch wieder nicht zu erwarten. Komisch, dass sie tatsächlich nochmal angerufen hat. Ich vermute, sie denkt tatsächlich, dass sie in einem seriösen und vernünftigen Unternehmen arbeitet. Aber Freunde, ich meine, ihr habt es mitbekommen und man kann ja eins und eins zusammenzählen. Das ganze Ding ist ein Betrug. Von vorne bis nach hinten. Da gibt es kein gutes Haar dran zu lassen. Die Firma sind Betrüger und Abzocker. Und sie scheint es tatsächlich nicht zu merken. Ich meine, das ist ja schon der Punkt, dass sie überhaupt das zweite Mal jetzt anruft bei mir und mit mir ein Geschäft machen will. Und ich sage mal, ja, sie war ja auch höflich und freundlich und hatten tatsächlich sogar noch den ganzen Scheiß mit der Kontonummer durchgezogen. Tja, ich meine, ich weiß nicht, was die an Provisionen bekommt. Auf jeden Fall wird die jetzt richtig genervt sein, weil es ist ja schon wieder eine Stunde weg. Sogar ein bisschen mehr diesmal. Und ja, ich verstehe einfach nicht, dass sie überhaupt noch ein zweites Mal angerufen hat. Aber ich habe es euch ja vorhin schon erzählt. Vermutlich war sie im Urlaub und hat einfach nur gedacht, ich bin ein netter Kunde und hat mich zurückgemeldet. Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, dann drückt natürlich den Abo-Button. Und jetzt habt ihr hier natürlich noch die Möglichkeit, euch das letzte Video von gestern anzusehen. Oder ihr clippt einfach mal in die komplette Playlist. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis morgen. Ciao, ciao.